Standing External Internal Rotation mit dem Band, heißt Innen- und Außenrotation in der Schulter. Braucht es ein kleines Band, Gummiband, wenn es geht, nicht zu dick, eher dünn. Wir steigen rein, Ellbogen hoch auf 90 Grad, 90 Grad Winkel im Ellbogengelenk und wir gehen in die Außenrotation und in die Innenrotation. Stabiler Stand, Hintern vielleicht zwicken, ganz leicht, dass wir stabil dastehen. Keine Kompensation aus dem Oberkörper zulassen oder aus der Wirbelsäule. Wir arbeiten wirklich nur aus dem Schultergelenk heraus. Von der Seite, Ellbogen 90 Grad hoch, 90 Grad Winkel auch im Ellbogengelenk. Und aufpassen, nie den Ellbogen fallen lassen. Ellbogen halten in dieser Position die ganze Zeit. Die Kompensation aus dem Oberkörper zulassen. Vielen Dank.